Okay, ich hoffe, das geht jetzt. Ah ja, Ehre. So, genau. Da haben wir den Stream. Da haben wir die Geschichte. Kampf ist vorbei, abgeschlossen alles. Hier sieht man es. Äh, vom Clan. Und ja, ich soll Trophäen pushen, wurde mir hier gesagt. Ne, also wenn ich hier mal sehe, okay. Ähm, ja, die wollen, dass ich Trophäen push. Und, ja. So, Saison 9, Quest. Kein Plan, was das heißt. Ich geh mal rein in den Aal. Ne. Mal sehen, wie lang der Aal heute ist. Vielleicht ist er ja nur kurz. Und ich gewinne quasi schnell. Das wäre schön. Jetzt kriege ich wieder eine Nachricht. Immer wenn ich gerade gestartet habe, weißt du, kriege ich eine Nachricht. Eine halbe Stunde vorher gar nicht. Gefühlt. Naja. So. Okay. Ne. Machen wir das mal so und so. Ne. Ach du shit. Ja, die macht, die macht ganz schön was aus. Hier, die gegen die Lakaienhorte immer. Muss man ja sagen. Die ist nicht ohne. Ne. Na gut, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Die Wut. Aber egal. Wir holen mal den Wendler, ne. Wenn hier schon wieder so viel egal ist heute. Der Bomber hat mehr Schaden gemacht als das andere, äh, die andere da. Ach guck mal, der ist Level 8. Das muss ich doch kriegen. Ja. Also, mal ehrlich. Vor allem, wie ist der schon mal mit Level 8 hierher gekommen in Arena, ähm, was bin ich? Arena 13, oder? Ne. Bin ich schon in Arena 13? Ich glaube, ja. Es ging irgendwie schnell in letzter Zeit. Ich weiß noch, wo ich Arena 11 war, dann frisch. Ja, aber, oder? Ich, ich weiß nicht mehr. Ich kann das zeitlich gar nicht mehr einordnen, ehrlich gesagt. Ich bin ja jetzt auch schon vier Jahre Clash Royale, ne. So lange ist es ja jetzt draußen. Das ist auch krass, eigentlich. So, alter, die direkt gewonnen hättet, ne. Das war richtig effektiv. So. Mach mal das. Alter, das war richtig effektiv. Geil. Shit, ja. Die kriegt man nicht mehr, die Feuergeister. Aber wenigstens die da. Die da am Eingang steht. Oder die da. Die dir den Kopf verdreht. Okay, ich hör auf. So. Okay. Ach, Mist, ey. So ein Rotz. Das sag ich mir nur, dass ich blue bin. Dappetee, dappetee, dappetee. Ich weiß nicht, warum. Wie komm ich da drauf? Manchmal geistert mir sowas im Kopf rum. Ja. Kann man halt nicht ändern. Oh, shit. Ja, man. So. Shit, ich hab den Turm nicht getroffen. Mit. Das ist nicht gut. Glaub ich. Oh, Leute überlegen, überleben ihren Angriff, weil das Level zu niedrig ist von ihr. Schmeckt. Okay. Okay. Hm. So, gewann. Ehre. Hat wieder lang gedauert. War eine lange Geburt. Aber eine erfolgreiche. Oh, Leute. Heute gibt's verkürzete Aufnungsdinger. Aber das bringt mir auch nicht viel, denn jetzt muss ich erstmal hier aufsteigen. Moment mal. Truhen. Achso, 23 Stunden hab ich jetzt den Effekt. Äh. Also bin ich jetzt in der legendären Arena. Höhe. Nee. Hä? Die legendäre Arena ist bei... Bis 4000, ne? Spukstadt. Arena 12. Ja, genau. Ach, nee. Ach, ja. Hier geht die legendäre Arena los. Also ich war vorher Arena 12, jetzt bin ich Arena 13 und... Arena 13 ist man dann quasi bis zum Schluss. Ne? Und das andere sind halt nur noch die Unterstufen. Okay. Und die haben dann immer diesen komischen Zuckerguss hier. Das verstehe ich auch nicht. Warum? Oh, na toll. Oh, na toll. Jetzt sieht das hier so pink aus auch noch. Oh. Jetzt wird da alles anders hier. Was soll denn das sein? Liga erreicht. Ich kann halt nicht. Ich kann halt pink nicht leiden, alter. Oh, na toll. Das war doch vorher nie. Das hat sich doch nie geändert. Hä? Das ist ja ekelhaft. Ah, ey. Nee. So. Schnell hier rein, ne? Damit ich hier nicht... ...äh, so... ...mir doof vorkomme. Was ist das denn? Weißt, das erste Spiel... ...ääh... ...wenn ich legendärer Arena bin und direkt sowas, ne? Die erste Aktion, die ein Spieler bringt. Das ist natürlich auch wieder geil anzusehen. Oh Mann, ey. So. Zack, zack. Ich rasiere direkt. Ja. Okay. Okay. Schmackhaft. Oh nein, viel zu weit unten. Was mach ich denn? Egal. Hauptsache, die laufen noch schnell genug hin. Hm. Okay, der war machbar. Auf jeden Fall. Ja, einen Eismagier kriegt man auch noch. Und einen Turm noch am besten. Alter, kriegt man halt echt hin. Alter, das war... wird er mal richtig gut. Der mit seinen Raketen. Was will er denn damit? Naja. Diese Emojis, Alter. Ich würde mir nie Emojis kaufen. Das ist so sinnlos. Einfach nur, ey. Außer ich kriege Emojis geschenkt. Dann nehm ich sie natürlich. Aber kaufen, Alter. Pff. Ich wiss nicht. Vor allem, ich hab eh nie Zeit eigentlich mit Emojis, äh, zu schreiben hier. Genau. Keine Ahnung. Ich muss mich halt aufs Spiel konzentrieren. Dann kann ich die ganze Zeit hier chatten, so nebenbei. Warte mal, den kann ich auch verwenden. Was ist denn das? Das wüsste ich ja gar nicht. Ach, shit. Hier we go again. Ach, shit. Ach, was mach ich denn? Wo ist denn meine Maus? Ich seh die gar nicht. Ach, egal. Ich schaff's auch so. Ach, nee. Schaff mal die drei Kronen noch. Schnell noch Pfeile drauf. Auf den Aal. Da haben wir sie. Ich guck mal kurz in den Chat, ne? Ach, ist nix. Okay, dann weiter im Aal. Aber zwei Zuschauer hab ich. Achso, einen noch. Außer mir. So, 4039. Jetzt will ich auch wissen. Okay. Hm. Okay, ich mach hier mal. Setz ihn mal da hin. Oh, shit. Erstmal Feuerball gegen den Magior, ne? Den kann ich gar nicht haben. So, hier ein bisschen Wut, damit er ein bisschen effektiver ist. Immer erfolgreich denken, ne? Wie Firegoden Essence lehrt. So. So. Ah, shit. Den kriegt man aber mit einem Schlag. So. Oder einen Schuss. Okay. Ja, bisher ist noch nix passiert, quasi, ne? Es gab noch keine Torchancen. So, dann... Mal rein in das Obst, ne? Die Sprüche werden immer besser. Die Qualität nimmt zu, eindeutig. Alter, als ob. Alter. Na gut, er hat auch nichts mehr gemacht. Ah, krass. Wie schnell es jetzt ging. Egal. Ich hab heute einen Lauf. Das muss ich nutzen. Direkt weiter, würde ich sagen. Belohnung hol ich gleich ab. So. Erst mal einen Feuerball, ne? Einfach so ein Statement setzen. Na, 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 na. Da spielt sich nix ab. So. Okay, da holt er seinen Tesla raus. Den Aal, den machen wir aber hier mal nicht auf, ne? Heute. Ach, na toll. Na gut, dass er so hoch springt. Da sind die ganzen Skelette weg. Na gut, aber wenn... Der Gegner das bei mir macht, dann beschwere ich mich. Meine schöne Skelette mir einfach so zermalmen. Das geht nicht. Wie in unserer Star für Malmü. Ach, Alter. Shit, ich hab jetzt die Dings nicht mehr getroffen. Ah, na toll. Das schmeckt grad nicht so. Der Kampf hier. Erst mal ein bisschen Elixier verschwenden, ne? Durch den Elixier-Golem. Was auch sonst. So. Wenn wir hier schon bei unserem Star für Malmü sind, ne? So. Dieses Jahr gibt's ja keinen ESC. Aber na ja. Blöd, dass es keine EM gibt dieses Jahr. Das find ich echt scheiße. Vielleicht gibt's aber dazu noch einen Tweet von mir, wenigstens. Was? So. Ah, shit. Mann. Hab keinen Bock mehr. So schnell geht die Motivation weg. Tja. Erfolgreich gedacht. Nächste Belohnung. Okay, Belohnung abholen. Pass Royale. Pass Royale. Ach, gegen Geld aktivier ich ja gar nichts. Versuchen dann wieder so drauf, da drauf zu locken, dass man da klickt, ne? Und dann klickt man sich so durch. Aber nix da. Ach, jetzt hat er hier diese Viecher. Das gibt's doch nicht. Die sonst nur mal in den Klankriegen vorkommen. Da werden die mal ganz hinten geplaced und nicht so weit vorne wie gerade. Und so. Nein. Okay. Okay. Na, da hat er jetzt eh ne Antwort Oder auch nicht Lol, da hab ich ja relativ viel noch weggekriegt vom Turm Hätt ich ehrlich gesagt nicht gedacht Da bin ich jetzt ein bisschen auf Risiko gegangen Shit, Mann Na gut, da hätte er auch nichts gebracht In dem Kampf Okay Gucken wir mal hier, im Maimel gibt's nichts Neues Ach shit Das wollte ich gar nicht Ich würde eigentlich hier was anderes setzen Ich glaub, die Skelettermine muss sich wieder um alles kümmern hier So gefühlt Scheiße, Mann Kloster Ach Ah, Mann Hm Hm Das ist echt nicht geil Das ist nicht mehr schön Ne So Okay Jetzt müssen wir hier Obst holen Aber richtig Los Ach, was ist das denn? Wieso kann der Lufteinheiten töten? Das geht doch gar nicht Alter, wie lange streamen wir? Ich hab keinen Bock mehr Ganz ehrlich Ich will einfach nicht mehr Da ist man ja in kleinen Botungen besser dran Ich will ja jetzt nicht diese Begebenheit schlecht machen Na ja Warum mach ich das? Warum hab ich jetzt das Wut dahin gesetzt? Alter, ich bin Ich bin schon wieder abwesend einfach nur Ah, der scheint auch abwesend zu sein Okay So geht's auch, ne? Komm, jetzt pushen wir mal richtig schön durch Zack Zack Ja, da haben wir wieder ein paar Trophäen drin Immerhin So Mal gucken, ob ich mir noch ein bisschen Obst abholen kann Ah shit Nicht mehr erwischt Egal, die kriegt man weg So Ja, jetzt kriegt er hier ganz schön was ab Das ist gut Das ist richtig gut Hat er natürlich jetzt auch schön viel Elixier bekommen, ne? Aber jetzt wird wenigstens der Babydrache Der Babydrache vom Turm gekillt und ja Na, das kann schlechter laufen So, holen wir uns mal hier das Obst Okay, jetzt Jetzt seht ihr schon, ne? Bin ich wieder dabei So eins nach dem anderen, ne? Alles weg Mal, ne? Ja, hier muss ich jetzt mal als Protection, äh, diesen Typen nehmen Weil ich gerade schlechte Rotationen hatte, der Cotton Aber ist ja alles gut gegangen Vor allem diese Elixier-Klumpen, die dann einfach kämpfen, so Das ist voll komisch Weiß, sind die überhaupt lebensfähig, so? Ich meine, gut, so ein Geist ist eigentlich auch nicht lebensfähig, aber Trotzdem Da kann man sich's noch eher vorstellen Zumindest kommt der Mega-Ritter immer zur besten Stelle Oh lol Jetzt hat er nicht mehr dafür gesorgt, dass der Mega-Ritter verschwindet von mir Mit seinem Inferno-Turm Shit Oh lol, ich kann die ja noch bewegen Ich kann die ja noch bewegen Lol Ich setze sie jetzt Geht nicht Shit So, jetzt krieg ich keinen Thron mehr, weil El's voll ist Aber, ja, so Zeug krieg ich hier Also ich hab schon tausend Dinger, ey Ich hab keine gekauft, ne? Für 5000 Gold Okay Na, reicht das an Trophäen? Kann ich ja mal den Clan fragen Warte, ich guck mal hier Welcher Platz bin ich jetzt? 43 immer noch Hm? Wieso steht hier 3900? Ich hab doch schon 4100 Hä? Hä? Was soll denn das jetzt? Hier steht 4113 Egal Egal Einfach mal in den nächsten Kampf Wenn ich jetzt 3 Kronen hole, dann könnte ich Das Bonus Gold voll machen Hm Mal sehen Erstmal hier drauf Im Feuerball Schön entspannt So, da kommen die Fledermäuse Das ist geil Die brauch ich Schon wieder Fledermäuse Was die nochmal wollen Was die nochmal wollen Hm Aha Schmackhaft Schmackhaft Dass der Magier weg ist Shit Das war ne dumme Idee Aber sowas von Das eigentlich auch Bei der Turm Der hätte das längst Überstanden Äh Locker überstanden Scheiße mann Alter Warum? Warum reagiert dieser Typ nicht? Was war das denn jetzt? Ey Ich bin schon wieder bedient Aber wie Ganz ehrlich Kotzt mich das schon wieder an Ey Alter Ey Nein Ach gut Ich wollte nämlich den Ritter jetzt treffen Den Magier Ach der mit seinen Prinzen hier Ja Was soll denn das? So Dann wird jetzt hier ein bisschen Obst konsumiert Ohne Kurz zu spät Frost Mühe Shit, da darf jetzt keinen Schaden machen hier, denn gleich ist Abrechnung. Am Ende vom Kronenchaos ist ja jetzt immer das seit einer Weile schon so, dass dann runtergerechnet wird, ne? Also wer den meisten Schaden hat am anderen, der gewinnt dann halt. Ja, also wenn ich jetzt hier, ah scheiße, Mann, jetzt gewinnt der noch, genau deswegen. Ja, genau, ja, jetzt freut er sich schon, ey, komm, das ist doch nicht wahr, ey, da kämpfe ich ja so lange und dann lohnt sich's nicht. Da hat man einmal wieder ein fucking Ziel. Das ist nicht normal. So, jetzt wird hier angegriffen. Im großen Stil wird jetzt hier angegriffen. Alter, das gibt's doch nicht. Wieso haben die jetzt so lange gebraucht? Ey, die können doch nichts mehr, gefühlt. Ja, Luft ist raus. Und, ciao, ich würde jetzt so gerne Rage quitten, ey. Ganz herrlich. Alter. Alter. ... ... ... ... ... ... Ich muss echt ins Kloster, bald. Ey, das gibt's nicht. Das ist nicht dein Ernst. Ah, den treff ich nicht mehr. Der hat immer irgendeine scheiß Antwort, ey. Das gibt's doch nicht. Das ist nicht dein Ernst. Shit, jetzt seh ich erst den Chat. Ich muss gerade Rage quitten, tut mir leid. Ich kann nicht mehr. Das gibt's nicht. Also eindeutig gibt's das einfach nicht. Kämpfen. Ciao. Ciao. Ciao.